Sind Sie brutal? Zu Ihrer 40-Grad-Wäsche. Einmal getragene Blusen, leicht verschwitzte Oberhemden, angeschmutzte Sweatshirts. Dafür Vollwaschmittel? Vorsicht! Der Test zeigt's. Rot, hoher pH-Wert, nicht schonend genug. Reihe dagegen schont. Weiß, niedriger pH-Wert. Auch ein Zeichen für Schonung. Reihe hält Wäsche in Form. Frischere Farben, straffere Bündchen. Nicht eingelaufen, besser in Form. Reihe hält Wäsche in Form. Reihe hält Wäsche.